So, wir machen weiter im Plantagehaus, wo es die Kackrufe wurde von Maradeuren. Aber jetzt kommt die ganze Grosse, so es klingt. Aber wo ist er? Was ist jetzt die Frage? Ich bin schon bei. Ich komme irgendwo, ja, da kommt etwas riesiges. Aber ich weiss nicht wo. Es wird sich auf das Dach, oder? Wie geht das? Ich komme wieder auf das Dach. Hier komme ich nicht. Ich glaube, es sieht schon aus, dass wir einen dort geben müssen. Von dort aus. Ich habe es zuerst gefunden. Oh Gott. Ich muss hier von oben gehen. Ich habe zwei Schuss. Dann ist es vorbei. Von hier sehe ich ihn nicht. Ich darf ihn nicht von hier gehen. Scheiße. Ich war wirklich sehr schnell. Ja. Ich habe das Video gefahren. Ich habe das Video geklärt. Kann ich einmal. Von dem tödlichen Ausweg? Was sieht man jetzt unten? Ein Maradeur nährt sich ihrer Position! Position halten! Wiederhole! Position halten! Jetzt sind die Gegner, oder? Jetzt der Grosse. Der Grosse. Der Grosse. Das muss nicht funktionieren. Das ist der Kilti wirklich instant. Er hat so viele tödliche Eigenschaften. Gucc. Da hab ich in. Pゆpiam in. Oh, schön. Der Bucket. Arxman? Jut. Jetzt kann ich über diesen drüber, oder? Nicht Mühe. Jetzt werden wir da nicht rüberkommen. Wasser sind wieder da die Monsters. Bis zum nächsten Mal. Super. Sehr gute Granaten. Spinnengranaten. Die habe ich noch nie getestet. Oder sind das die Stacheldinge nicht? Mr. & Mrs. Shrimp. Ist das richtig? Was mache ich da? Ich habe keine Raketenwerfer. Ich wusste, dass ich irgendwie auf dem vorbei komme. Ich kämpfe wieder. Keine Chance. Was sehen wir noch? Weg. 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 Jetzt mal einer. Wer hier, wer hier schützt? Das wird zwar nicht gut. Das ist irgendwo ein Harder. Das wäre gut, ja. Aber ich weiss nicht mehr. Ich muss es wieder nachdenken. Ich darf aber die Titanen nicht mehr... Ach, das ist ein paar Teile. Hier kommt doch. Position halten! Es ist nur der Schuss! Wieder unter Schlaufeuer! Wieder weniger! Achtung! Entdeckung, Mensch! Komm drüber. Mikrokin meldet furien im Fluss. Machen Sie sich nicht die Füße nach! Scheiße! Scheiße! Wir werden noch weiterwerfen. Jetzt arbeiten wir nicht mehr mit dem. Jetzt kann ich ihn erst geben. Ich bin ein guter Mann. Ich bin ein guter Mann. Okay. Das war's, der. Oh, okay. Dann kann ich noch eine nehmen, weil ich das mal genug Granaten mal habe. Wenn man die mal findet. Nein, Granaten. Letztlich geht's Granaten hier. Nein, zu weit. Wir kommen aber noch mal zu weit. Der Leiche war auch noch einer. Der Leiche. Das war's. 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 Das ist auch nicht so eine Wirkungsform. Oh, fuck. Hier habe ich ihn. Jetzt alle droht, das heisst, wir machen ihm nicht wirklich Schaden. Oh, das geht's. Wirkungsform. Ich mag ihn nicht gerne. Hey, Viktor Team hat ein Hornet in einem Klick Entfernung entdeckt. Vielleicht wurde die Bombe damit transportiert. Kommen Sie zurück, sobald es geht. Da muss man Richtung Ort stehen, dass der Kostet zu weit weg stehen ist. Das nimmt damit nichts Schaden. Es tut mir, ich muss mich nicht holen, in der es nicht schaden. Kapelian Kommando, der Reichstör. 你们 kommt zum Ziel. Alles klar! Der Plutoniumkern scheint im Takt zu sein. Paket ist sauber. Ich übernehme das Hornet. Hale, ich brauche Hilfe. Sie drei kommen mit mir. Schützen Sie die Bombe. Wir sterben, also bei uns. Ich sollte mal helfen. Ich werde schon rein. Roger, okay. Wir sind rein. Wir sind rein. Wir sind rein. Wir sind rein. Was ist das? Nein, 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 hier. Oh, nein, nein, hier. Oh, okay. Hallo Deppi. Ich komme immer überall fest. Schön. Wie wäre denn jetzt drin? Deppi. Schönen Sieg, was Sieg ist. Schönen Sieg? Ich habe ein Schub. Das ist ein Schub. Der ist ein Schub. Das ist ein Schub. Haffi! Ja, das ist gut. Na, das ist gut. Waffe oder so? Sonst kommen die Endlosen. Warte, Waffen sind weg. Nein! Ich schmeisse nur meine letzte Granate. Waffe? Ich habe keine Waffe mehr. Warte, wir sind am Start. Warum bringt der Waffe? Das muss ich nicht losgehen. Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Sparsam umgehef. Ich habe keine Schüsse. Ich kann mich nicht mehr. Es ist irgendwie in die Wand glitscht. Alles klar. Alles klar. Nicht mehr. Nicht mehr. Was finden denn 100 Waffen? Ich kann uns nicht mehr schnell gehen. Was ist das? Nicht mehr. Das probiert. Ich sehe ihn nicht. Wenn ich ihn nicht sehe... Ist er oben? Oh, er ist... Der glitscht hier. ...